Dies ist ein sehr kurzes, sehr langweiliges Infovideo. Okay. Und zwar geht es einerseits um die Gamescom. Denn wer es nicht weiß, ich bin dieses Jahr, Freitag und Samstag, also für euch, morgen und übermorgen auf der Gamescom in Köln. Logischerweise, weil da ist die Gamescom. Heißt, wenn ihr auch da seid und mich aus irgendwelchen Gründen sehen wollt, dann müsst ihr mir am besten auf Instagram folgen, denn da werde ich ab und zu mal bekannt geben, wo ich bin. Oder ihr könnt mich aber privat anschreiben und dann werde ich euch sagen, wo ich bin. Dann kriegt ihr da auf jeden Fall Bescheid. Und auch wenn ihr einfach mal sehen wollt, was für auf der Gamescom abgeht bei mir, auch dafür gerne auf Insta vorbeigucken. Denn da werde ich ab und zu mal Storys machen, irgendwas posten zur Gamescom, whatever. Ihr wisst schon Bescheid. Ein bisschen Influencer-mäßig das Ganze hier mitverfolgen lassen und mitfilmen. Je nachdem, wie das klappt und wie ich Lust habe. Mal schauen, wir werden sehen. Und auf der anderen Seite möchte ich noch was anderes kleines ansprechen. Und zwar habe ich gedacht, ich verbinde das ein bisschen. Jetzt haben wir schon die Gamescom, wo ich schon mal bekannt geben will, falls jemand nicht weiß, dass ich da bin, dass ihr es jetzt wisst. Ihr wisst es jetzt. Hiermit ist es bestätigt. Ich bin da. Freitag und Samstag. Und ich möchte noch was anderes probieren, indem ich das jetzt hier anspreche. Und zwar habe ich ja ein Format. Luca bewertet oder ich bewerte eure komischen Dinge und so weiter. Und da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, wo ich wieder eure Sachen brauche. Und ich habe das im Community-Chat gefragt. Und ich dachte mir, ich sage es einfach mal hier in dem Video, weil ich das einfach gut verbinden kann. und möchte hiermit darauf aufmerksam machen, dass ihr eure Lieblings-Videospiel-Soundtracks oder eure Lieblingsspiel-Soundtrack, in dem Fall jeder einen halt, einschicken könnt. Könnt ihr es jetzt gerne hier drunter machen oder halt unter dem Beitrag, den ich gemacht habe. Vielleicht haue ich den irgendwo rein, damit ihr den findet. Oder schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann können wir mal gucken, ob das irgendwas bringt, ob das vielleicht jetzt so mehr Leute mitbekommen. Kann ja gut sein, dass es über diesen Tab einfach zu wenige Leute mitbekommen. Deswegen dachte ich mir, damit auch mal alle die Chance haben, spreche ich es jetzt hier an und verbinde es quasi mit dem Gamescom-Thema. Ist jetzt trotzdem ganz kurz geworden, fällt mir gerade so auf. Ich dachte, ich kann länger darüber labern, aber eigentlich nicht. Ich kann euch gerne noch sagen, dass ich mich auf die Gamescom freue, dass ich Bock habe. Ich habe richtig Bock, Leute zu treffen. Also Leute, die ich noch nie gesehen habe. Bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wer da so alles vor meinem Gesicht alles auftauchen wird und mich ansprechen wird oder welche ich ansprechen werde. Ich und Leute ansprechen, kein gutes Thema. Ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, falls ihr da seid, gerne Bescheid geben. Dann kann man da gerne was vereinbaren. Und dann berichte ich euch ansonsten, wenn ihr nicht da seid, berichte ich euch natürlich nach der Gamescom, was da so abging. Ich werde versuchen, auch ein bisschen was zu filmen in Richtung Vlog-mäßig. Weiß ich noch nicht genau. Kann gut sein. Also von daher heißt es, kann sein, dass danach noch ein bisschen was kommen, wo ich euch... Aber das heißt, kann sein, es wird danach auf jeden Fall irgendwas kommen, wo ich darüber rede, Videostream, whatever. Also da gibt es bestimmt viel Gesprächsstoff, denke ich mal, auch wenn es nur drei Tage sind. Heißt natürlich auch gleichzeitig, um nochmal zum Thema, ich bin da, logischerweise nicht da, zurückzukommen. Es werden natürlich auch in der Zeit keine Streams kommen, bis Sonntag. Wahrscheinlich Sonntag vielleicht schon. Abends bin ich ja zu Hause. Mal gucken. Aber bis Sonntag auf jeden Fall keine Streams. Video wird noch eins kommen. Und halt das hier. Und gestern kam ja auch ein Video, falls ihr es nicht gesehen habt. Heißt, ähm, wartet nicht auf Streams bis Sonntag, denn die werden nicht kommen. Funfact. Gut. Haben wir das geklärt. Dann war das jetzt wirklich sehr, sehr kurz und knackig. Ich wünsche euch allen einfach einen schönen Tag. Allen viel Spaß auf der Gamescom, die dort sind, die nicht da sind. Denen wünsche ich auch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach nach dieser Woche oder am Sonntag, je nachdem, wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke für das Gute zuhören. Und bis irgendwann. Die Tage. Tschüss.